Das ist das Tolle daran, dass ich in einer Bibliothek arbeite. Da ist immer eine himmlische Ruhe. Da mäht man das Gras draußen noch mit der Sense. Zupft einzelne Gräser zwischen den Steinen noch per Hand. Statt mit einem lauten Bunsenbrenner oder Flammenwerfer. Es macht Spaß hier zu arbeiten. Es ist ruhig, himmlisch. Einfach toll.